Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Video und zwar öffnen wir heute die Spezial Raichu GX Collection, die haben wir zweimal, wir suchen noch Mewtwo Rainbow, die wäre mega krass, wenn wir die noch ziehen würden und wenn ihr zukunftsache Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein! Dann öffnen wir mal eine Box, die schauen wir sich genauer an und dann öffnen wir die zweite Box. So, welche Box willst du haben? Die obere. Die obere. Passt, dann fange ich mal mit der an. Ja, mega stark, dass wir die bekommen haben und ich habe die Box noch gar nicht geöffnet. Und Schimmende Legenden ist so ein geiles Set. Schimmendes Mew, dann Secret Rare Mewtwo, Rainbow Mewtwo. Also da kann so viel drinnen sein in die Booster. Es ist mega stark. Ich feiere das voll. Und ja, schneiden wir es auf. Oh, mega stark. Freut mich. Alleine der Raichu-Pinde, was drinnen ist. Oder die Promokarten. Schauen wir uns sicher mal das Pikachu an. Den Holo-Effekt und das Raichu. Megaschön, wirklich komplett gelb das Ganze. So, da habe ich schon die Hühlen. Und ja, hätte ich gesagt, starten wir rein in die Booster. Du bockst dabei aus. Sie ist immer noch am Auspocken. Ein Skriffel, der bei der GX-Karte ist so schön. Meine Schöne. Araichu ist da drin. Okay. Oh, oh nice. Wir haben zweimal Mewtwo, zweimal Mew. Mega stark. Ah, gönnt euch da noch in Code. Fangen wir gleich an mit Mew. Wie gesagt, wir hunten Schimmendes Mew oder Rainbow Mewtwo. Hoffen natürlich, dass das drinnen ist. Und gehen wir rein ins erste Booster. Gehen wir rein. Da habt ihr mal in Code. Komplett verkehrt. Man kennt ihn. Okay. Feuerenergie. Fuego. Chris. Super Anziehungskraft. Dürer Rock. Geil. Pikachu haben wir gerade gezogen. Dann Rettern. Zuruhe. Bamelin. Super Ball. Und Shame in Holo haben wir gleich einmal im ersten Pack. Nice. Wir haben einen Hit. Sie ist alleweilen nicht fertig. Komm schon. Komm schon. Ja, dann mache ich dabei noch einen Boost auf, oder? Nein, ich habe schon. Geht schon? Ja, hast du das? Ich muss nur einen Trick machen. Zwei Stunden später. Ja, wirklich. Was hast du da mit dem Code? Ja, fix. Da habt ihr den Code. Das machen wir. Genau. Ja, gehen wir gleich. Alles. Alles. Geh in der Community. Das ist eine Woche, ich würde verkehrt. Ich habe nichts gesehen. Verkehrt. Verkehrt. So. Dali. Vergrümmungsenergie. Eulien. Pikachu. Wie oft haben wir das Pikachu drin? Bisasam. Mega süß. Gürtel. Bisa Knosp. Oha. Ja, ja. Alle zwei schon. Shame in Reverse Holo. Und Manafee. Noch eine Holo. Ich weiß gar nicht, ist dieses Set auch überall eine Holo? Ich bin mir nicht sicher. Mewtwo. Mewtwo muss jetzt gönnen. Nein, meine lassen wir jetzt nicht. Deine zwei? Ja. Deine zwei lassen zum Schluss. Ja. Okay. Ich verrasche. Habt ihr mal den Code? Ja, sie sind verkehrt bei ihnen, die Code. Ja. Ja. Pflanzenenergie. Arbog. Fuego. Chris. Visasam. Visasam. Golbit. Voltopal. Kapilz. Flamio. Voltopal. Und Anti-GX. Ja. 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 Sag ich euch, ob ich das Richtige erwischt. Ja, sie ist stark. Ja, Ausbeute gefällt mir schon. Mega stark. Hast du mir so hergekriegt? Nice. Dann haben wir da. Wasserenergie. Superball. Arbog. Pokémon-Züchterin. Flamio. Filiu. Voltopal. Golbit. Dann Pamelin. Flamio Reverse. Und bist du deppert. Schau dir das Cut an. Das ist ja nimmer mehr Off-Center, Alter. Das ist ja komplett Miss-Cut. Was ist? Das ist ja das nicht. Oh. Um Gottes Willen, Alter. Die haben sich komplett verschnitten. Was ist? Zählt das schon aufs Off-Center oder Miss-Cut? Ich hab keine Ahnung. Ha-Avara. 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 Also, da haben sie sich komplett verschnitten. Ha-Avara. Ha-Avara. Und es gibt... Ha-Avara. Das ist doch... So. Genesect. Shiny Genesect. Machen wir weiter. Das ist doch ein Wahnsinn, Alter. So mieskartet. Ha-Avara. Feuerenergie. Und Chris. Ein Superball. Hero Cax. Bisasam. Gürtel. Bisa Knosp. Schon wieder beide drinnen. Baldorfisch. Knilz. Arbog. Und Marschero Holo. Okay, ich glaub, da ist wirklich überall ein Hit drinnen. Ich hab so viel aufgemacht und ich weiß einfach nimmer mehr. Egal. Okay. Wie richten wir es wieder her? Ja, mega stark. So gehört es sich. Bojelin. Iro Cax. Energie zugewinn. Pikachu. Pikachu haben wir auch oft. Hätte ich gerne in Reverse holen. Ist ein bisschen was wert im Reverse. Bisa Knosp. Schon wieder Bisa Sam Bisa Knosp. Wo bleibt das Bisa Floor? Ha? Doppelfarblos Energie. Und Raikou. Stark, stark. Wie viele Booster haben wir noch? Jeder zwei. Da hab ich auch einmal Mew to Mew. Ich hab urviele Mew to Mew Packs gehabt. Stark, stark, stark. Okay, dann machen wir Mew to als nächster. Schien in der Legenden. Mega starkes Set. Fällt mir so richtig. Okay, sind definitiv verkehrt in der Produktion. Haben wir da. Stahlenergien. Bojelin. Tausch. Da, endlich haben wir einen Bisa Floor. Endlich haben wir ihn. Zurückhex. Knilz. Jetzt müssen wir noch Bisa Knosp und Bisa Sam drinnen sein. Wer mich... Ah, Bisa Sam ist wirklich drinnen. Pikachu Reversal. Und ich hab gesagt, ich will den Hit haben. Weil er urstark ist. Schimmerndes Archeos. Shiny. Wir haben eine Shiny Karte. Ja, urstark. Geil. Schau wie die glitzert. Urstark. Shiny Archeos. Die hat wenigstens keinen Misskart. Die hat auch von dem Werb so Misskart. Cool, cool. Wir haben eine Shiny Karte drin gehabt. Stark. Stark, stark, stark. Ein Pack haben wir noch. Last Pack lag. Du hast Mewtwo, ich hab das Mewpack. Schimmerndes Mew wollen wir haben. Gönntes Mew. Gönnt dieses Mew. Es muss gönnen. Okay. Code Karte. Jetzt machen wir es mega spannend. Fighting Energy. Verkrümmungsenergie. Elektro Ball. Feuillin. Bammelin. Gleich die Entwicklung. Gleich hintereinander. So gehört es sich. Voltoball. Rettern. Pikachu. Lilly. Und Schämin wieder. Stark, stark, stark. So da. Hast du noch etwas Gutes drinnen? Du weißt ja das nicht einmal, ob das ein Shiny ist oder nicht. Ich sehe das nicht. Nein, es steht Schiemendes dabei. Golgantes. Plusli. Bammelin. Bammelin. Kanimani. Gewürtel. Mit Zunder. Flunkschild. Und haben wir noch einen Pull. Marschero haben wir noch drinnen. Also definitiv überall eine Holo drinnen. Auch mega stark ist es Pikachu Reverse Holo. Was ich da drüben habe. Das ist wirklich stark. Da drüben haben wir noch den gehabt. Die anderen Karten. Den Coin haben wir sich noch gar nicht genauer angeschaut. Auch stark. Also hat mega gegönnt. Wie gesagt Pikachu Reverse Holo. Ist mega stark. Ich glaube die geht gerade für ein 5 oder so. Urgestört. Auf jeden Fall eine Shiny Karte haben wir dabei gehabt. Eine GX Karte. Und eine komplett Misscut Karte. Ich schwöre das ist doch nicht normal. Das ist ja nicht einmal die Folie wert. Schaut euch den dicken Brand da oben an. Alter stark. Alter aber wie sie sich verschnitten haben. Auf jeden Fall stark. Arceus wirklich krank. Arceus gefallen mir, dass wir es bekommen haben. Ist auch wirklich eine sehr sehr starke Karte. Auch preislich wirklich. Wenn die einen guten Zustand hat. Mega stark. Und wenn ihr in Zukunft eure Videos nicht verpassen wollt. IwC. Liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Haut rein. END 4 5 5 5 6 10 10 11 14 11 Bis zum nächsten Mal.